Mein Name ist Lutz Seiler. Ich werde jetzt aus dem Erzählband Die Zeitwaage lesen. Das ist ein Band mit 13 Erzählungen, die an ganz verschiedenen Orten spielen. Von Los Angeles bis Kasachstan, in Berlin, Potsdam, aber auch in meiner ostthüringischen Herkunftsgegend. Und in dieser Gegend spielt die Erzählung, aus der ich ein Stück lesen werde, ist die längste Erzählung im Band, heißt Der Kapuzenkuss. Es geht um den Schultag eines Kindes Anfang der 70er Jahre und innerhalb dieses Schultags gibt es auch einen Hausmeister. Und die Hausmeisterszene möchte ich jetzt lesen. Der neue Hausmeister hasste Schüler, vor allem wegen ihres, wie er bei jeder Gelegenheit betonte, täglichen Zerstörungswerks an Stühlen und Bänken. Aus heiterem Himmel tauchte er auf, aus seinen Katakomben und forderte Ersatz für die Beschädigung von Volkseigentum. Mit seinen Wutausbrüchen hatte er ahnungslos vorübergehende Kinder oft bis ins Mark erschreckt und zu Tränen getrieben. Überhaupt schien es niemanden zu geben, der dem neuen Hausmeister hätte Paroli bieten können. Ohne Frage war er der mächtigste Mann an unserer Schule. Meist trug er eine dünne, fast durchsichtige Kittelschürze aus braunem Dederon, in deren Brusttasche zwei schwere, silbern glänzende vier Farbkugelschreiber steckten, die den Kittel auf eine Weise schräg nach unten zogen, dass sein ganzer Oberkörper auf den ersten Blick einen schief gewachsenen Eindruck machte. Einige der größeren Kinder nannten ihn deshalb den Glöckner. Vielleicht um seinen Hass auf diese Hottentotten, wie er uns in seinen Flüchen bezeichnete, besser zu verbergen, hatte der neue Hausmeister sich im Heizungskeller der Schule eine eigene, mit mehreren Schlössern und seltsamen Stahlhebeln verriegelte Werkstatt eingerichtet. An der Tür klebte ein Pappschild mit der Aufschrift Büro. Darunter waren mit Bleistift Sprechzeiten notiert. Die alte Aufschrift oberhalb der Tür war überstrichen, schimmerte aber noch durch Luftschutzkeller. Hatte man in der Schule oder auf dem Hof etwas verloren, dem Turnbeutel, eine Mütze, einen Schlüsselbund, musste man dort anklopfen und nachfragen. In einer Ecke des Raums erhob sich ein ungeordneter, von Kohlenstaub und Asche erkrauter Haufen mit Fundsachen. Zu diesem Haufen vorgelassen zu werden, galt allerdings als unmöglich. Öffnete der Glöckner sein Büro, war es sicher, dass man zunächst zurechtgewiesen wurde. Zuerst, weil man ihn, den Hausmeister, störte bei seiner Arbeit. Dann, weil man wohl zu denen gehörte, die dauernd irgendetwas verloren und nicht wussten, was sie damit anrichteten. Den hotten Totten heute fehlt jedes Gefühl für den Wert der Dinge. Und schließlich, weil man keine vernünftige Beschreibung des verlorenen Gegenstands vorzubringen vermochte. Womit doch einmal die Frage erlaubt sein müsse, so drückte sich der neue Hausmeister aus. Und ohne weiteres war hörbar, dass ihm diese Überlegung einige Beherrschung abverlangte. Ob man bisher überhaupt irgendetwas gelernt hätte an der Schule, wozu man eigentlich hier sei, und ob man besser nicht gleich zu Hause bliebe, dann könne man wenigstens nichts mehr verlieren. Zu meiner und zur Verzweiflung meiner Eltern kam mir in dieser Zeit ständig irgendetwas abhanden. Oft musste ich an jenes Bibelwort denken, das dazu aufrief, etwas zu hüten wie den eigenen Augapfel. Meine Mutter hatte das Wort allzu häufig gebraucht. Jedes Mal bekam ich Angst um meine Augen. Trotzdem, es geschah, dass ich zweimal in der Woche den Turnbeutel verlor und sowieso vergaß ich dauernd meine Brotbüchse unter der Bank von Füllern und Heften ganz zu schweigen. All die Augäpfelsachen meiner Kindheit verlor ich am laufenden Band. In meiner Not war ich irgendwann dazu übergegangen, Beschreibungen der verlorenen Dinge anzufertigen, auf Zetteln, die ich aus einem Schulheft riss und eng zusammengefaltet in der Hand hielt, wo sie sich vollsogen mit meinem Angstschweiß, wenn ich vor dem Büro des Glöckners stand. Wie Gedichte trug ich meine auswendig gelernten Beschreibungen vor, was mich für ein paar Sekunden vor den Ausbrüchen seines Zorns schützte. Ja, nach einer gewissen Zeit hatte ich das Gefühl, dass er meinen Vortrag anerkannte und ich unter denen, die ihn quälten mit ihrer Zerstreutheit, eine Art Musterschüler geworden war. Bald kam es vor, dass er mich hereinlotste in sein Büro und mich Aufstellung nehmen ließ vor dem Haufen mit Fundsachen, wo ich meine Beschreibung noch einmal vorzutragen hatte, wobei er mir kleine Anweisungen erteilte wie »Schön konzentrieren« oder »Denk gut nach«. Dabei hockte er auf einer Art Lehnstuhl, der aus den graumetallenen Einzelteilen verschiedener Schulbänke und Schulstühle zusammengesetzt und mit verschiedensten Fundstücken, verlorenen Jacken, Hosen und Schals ausgepolstert war. Irgendwann erkannte ich eine von mir vor langer Zeit verlorene Pudelmütze, die der Hausmeister wie einen Strumpf über die Lehne seines Throns gezerrt und dafür an der Spitze durchstochen hatte. Meine Mutter hatte die Mütze selbst gestrickt auf unzähligen Kindheitsfotos. Bin ich mit dieser Mütze zu sehen. Vielleicht fühlte ich mich deshalb derart gekränkt, aber schließlich war ich der Schuldige. Ich war der ständige Verlierer meiner Mützen. Ich war es, der meiner Mutter diesen Kummer bereitete. Zu Hause erzählte ich nichts von meiner Entdeckung und auch später brachte ich das nie übers Herz. Hinter dem Lehnstuhl des Hausmeisters lagen die stehlernen Feuerklappen der Zentralheizung, daneben eine Werkbank mit einer Werklampe, der einzigen Lichtquelle im Raum. Undeutlich nahm ich eine Art Kochecke wahr, einen länglichen Aluminiumtopf, einen Tauchsieder, ein paar Büchsen. Die Wand über der Werkbank war fast vollständig mit Abbildungen halbnackter Frauen bedeckt. Nie habe ich gewagt, länger als eine, vielleicht zwei Sekunden dorthin zu schauen. War meine Beschreibung zu Ende, gab es Nachfragen zu einzelnen Details, wobei ich nicht selten in die Irre ging. Während der Befragung umkreiste der Hausmeister den Fundsachenhaufen und vergrub seine Hände in der Dederonschürze, durch die jeder einzelne Knöchel seiner Faust zu sehen war. Überhaupt, in seinem Büro, das im Winter zugleich als Heizungskeller dienen musste, war es heiß, so heiß, dass der Hausmeister oft nur eine kurze Hose und ein Turnhemd unter seinem Kittel zu tragen schien. Seine Latschen schlurften lang hin über den Boden, die kalkweißen Unterschenkel dicht behaart und äußerst bedrohlich. Ich schwitzte und versuchte, seine Ergänzungsfragen zu beantworten. Manches hatte ich einfach anders oder gar nicht in Erinnerung und schließlich war es immer so, dass der Glöckner etwas fand, womit er triumphieren konnte. Entweder du lügst oder das ist nicht deine Trainingshose. Gemunkelt wurde, der Hausmeister träfe in seinem Keller auch Mädchen aus den höheren Klassen, aber bewiesen war das nicht. Während des Unterrichts hieß es, stehle er heimlich Kleidungsstücke aus den Garderoben im Flur, um die Mädchen nach unten in den Keller zu locken. Infolge meiner unfallbedingten Abwesenheit schien sein Interesse an mir, seinem Musterschüler, noch gewachsen zu sein. Seit ich an die Schule zurückgekehrt war und wieder damit begonnen hatte, Dinge zu verlieren, forderte der Glöckner mich auf, zusätzlich zur Beschreibung der frisch vermissten Sache, Beschreibungen anderer, diesmal zwar nicht, aber doch schon öfter, schon zur Genüge verlorener Dinge vorzutragen, zur Übung, wie er sagte. Ich begriff die Schikane, wagte aber keinen Widerspruch, auch um meinen Sonderstatus oder das, was ich dafür hielt, nicht aufs Spiel zu setzen. Es kam vor, dass ich in dem stark erwärmten Keller, in dem es nach Kaffee, Kohle und den abgestandenen Gasen einer schlechten Verbrennung roch, vier oder fünf Beschreibungen hintereinander vortrug. Während ich redete, cremasierte der Glöckner unentwegt Zustimmung, Zweifel oder Ablehnung, obwohl ich doch nur wiederholte, was ich beinahe unverändert schon einige Male zum Besten gegeben hatte. Manchmal schnellte er unvermittelt von seinem Thron aus Kinderstühlen empor und wie eine Drohung ließ er die Ofenklappe zur Zentralheizung aufspringen, um eine Schaufel Kohle oder Koks in die Glut zu schleudern. Dabei zischte er seine unverständliche Kritik vor sich hin, vielleicht hatte es auch gar nichts mit mir und meinem Vortrag zu tun und galt nur dem Feuer, der erdigen, minderwertigen Kohle. Wenn ich heute an diese Zeit denke, staune ich darüber, was alles normal war. Dann kann ich kaum glauben, dass ich selbst dieses Kind gewesen sein soll. Ich sehe irgendein Kind, das versucht, sich durchzuschlagen und das trotz beständig drohender Schwierigkeiten einfach immer zu zerstreut ist, um seine sieben Sachen zusammenzuhalten. Ein erschreckend orientierungsloses Kind, das nebenbei eine Schule der Beschreibung absolviert, eine Schule im Keller unterhalb der eigentlichen Schule. Ich glaube, noch heute könnte ich meinen Stoffturnbeutel in allen Einzelheiten beschreiben. Mein Stoffturnbeutel von 1972 erscheint mir vertrauter als das Kind, das ich war. Vertraue Musik Untertitelung des ZDF, 2020